Yo Leute, was geht damit herzlich willkommen mal wieder zu einer kleinen Runde Hearthstone Und ja, seit lange mal wieder ein kleines Rundchen Hearthstone Ich bin wieder zurück quasi von meinem Urlaub Für euch bin ich wahrscheinlich schon eine Weile zurück Das Video wird nicht gleich morgen kommen quasi, wo ich das gerade aufnehme Sondern zwischendurch hatte ich noch einiges auf Lager, sage ich mal Deswegen wird das jetzt mit dem Video noch ein bisschen dauern, dass das rauskommt, wo ich das halt aufnehme Und ja, aber theoretisch bin ich wieder zurück und hatte super Lust aufzunehmen Eigentlich wollte ich Heroes of the Storm aufnehmen Hab aber bemerkt, dass es irgendwie unwahrscheinlich doll geleckt hat mit Aufnahme Und ja, da hatte sich das recht schnell erledigt gehabt Und dann bin ich bei Hearthstone gelandet Hat man ja aber auch länger nicht, von daher Denke ich mal, ist man wieder ganz nice Und ja, ich spiele Druide Ähm, bin ich nämlich in letzter Zeit irgendwie so ein bisschen drauf gekommen, dass der eigentlich ziemlich nice ist Vor allem die Karten, die er zur Verfügung hat Und ja, das passt soweit Gut, wir spielen gegen einen Priester, das ist halt schon ziemlich scheiße, muss ich sagen Das war's Aber wir versuchen da mal das Beste draus zu machen Ja, generell nette Zeit spiele ich öfters mal wieder Hearthstone zwischendurch Macht auch echt Spaß, finde ich Was macht er jetzt? Oh nein, das ist doch Das ist doch scheiße, Mann Das geht schon echt nicht gut los Naja, schauen wir mal Was das wird Was das Ding ist? Ich... Ah, was ist denn bei dem los? Wie er diesen scheiß Kleriker buff Oh mein Gott Das ist echt nicht geil Das gefällt mir ganz und gar nicht Und ja, wie gesagt, ich hab echt kein gutes Gefühl grad bei der ganzen Sache hier Äh, ja, die ganzen Karten bringen mir recht wenig im Moment Das ist echt nicht geil Und er wird ihn jetzt immer heilen Und er wird ihn jetzt immer heilen Boah, das ist richtig scheiße Das ist schon fast well played, würde ich sagen So, mal gucken was er jetzt macht Er muss auf jeden Fall weg, so viel steht fest Ich frage mich ob... Oh mein Gott Oh mein Gott, was tut er? Gut gespielt Ach du Scheiße Der hat da einen Monster geschafft, das ist unglaublich Ich muss den stoppen Aber ich kann ihn nicht stoppen Verdammt Ich bin echt grad ziemlich aufgeschmissen wenn ich ehrlich bin Ich weiß nicht was ich tun soll, Leute Alter Ja, well played Einfach well played Ich denke es bringt gar nichts wenn ich jetzt diesen scheiß Kleriker angreife Zeit wartet auf niemanden Oh mein Gott Oh mein Gott Gut, es ist allerdings auch schon Ich seh es grad 3 Uhr Und bei Hafsern ist es wirklich super super schlimm Also Ich hab so das Gefühl, dass nach 1 Uhr wirklich nur noch Profis online sind Und man hat keine Chance mehr Absolut nicht Also Was die da für Decks teilweise haben Das ist unglaublich Das ist so brutal, ey Da hat man halt echt keine Schnitte Gegen die Meine Hand ist zu voll Na das ist aber schade Das tut mir sogar direkt leid Oh mein Gott, ne Also ich kann ihn einstecken Das ist eine schnelle Folge An dieser Stelle Aber wobei ich kann ihn endlich weghauen So, weg die Sau Dann heil ich mich mal noch Das Miststück hier muss auch noch weg Oh mein Gott Der ist ein harter Brocken Weil meine Karten die ich auf der Hand habe mir nicht wirklich Dolle weiterhelfen Im Moment gegen das was er da draußen hat Begrüßt die Lehre Ja, schön Super geil, ey Oh mein Gott Oh mein Gott Mann Nein Fuck Shit Fail Oh mein Gott Mann Wir reden Oh mein Gott Super gefällt Es ist auch Ich hätte erst den Diener hier nach spielen sollen bevor ich den Zauber aktiviere Das war richtig blöd Oh mein Gott Hm Ey, der macht mich komplett nass, der Typ Und noch ein Ton, jawoll Die muss erstmal weg Die muss leiden So, jetzt muss der noch leiden So Boah, wenn ich sehe, was er für Karten auf der Hand hat, also von der Anzahl her, das ist Ein bisschen mehr, als ich hab Etwas mehr Ah, der hat das aber auch echt gut gemacht am Anfang, muss man schon sagen Das sollte ich mir gar nicht überlegen Was macht er jetzt? Er hat noch 8 mal und reicht nicht Karten, also er kann Noch ordentlich was machen Aber anscheinend war er auch nicht so recht Was ist das? Hm. Shit. Gehen die Bomben nicht auch noch an? Ich überleg grad Anscheinend nicht Oh nein Ich blick den Jungen nicht da an Jetzt können wir was machen Das ist scheiße Das ist richtig scheiße Der Meeresriese muss weg Aber das wäre eigentlich übel Verschwendung wenn ich jetzt mit Oh mein Gott Oha Big Leck Alter was ist denn jetzt los hier? So Hä? So habe ich den in diesem Deck? Ja gut Vielleicht etwas wirf aber nicht so sehr Ja ist ja gut ey Zwar sehr verschwenderisch Aber der musste einfach weg Unbedingt Der macht zu viel Damage Aber das ist Ich zögere mein Schicksal nur heraus Was anderes ist das nicht Gewinnen kann ich auf keinen Fall Ja wie die Frames jetzt immer abschmieren Was ist denn da los? Oh mein Gott der macht mich so fertig Ist jemand verletzt? Ach die ist schon wieder Spielt ihr gern mit Feuer? Gut ich habe verloren Ja Ah mit ein Leben Komm ich noch davon Wobei er 100 pro irgendwas Mit damage auf der Hand hat Was kommt jetzt? Ja schön Keine Chance gehabt Holy Crap Ja gut das war eine recht schnelle Runde Hearthstone Ich hoffe natürlich es hat euch trotzdem gefallen Auch wenn ich jetzt nicht unbedingt Plays machen konnte Aber der war einfach echt zu gut Und um die Uhrzeit ist es auch echt zu heftig Aber ansonsten Ja Ich hoffe es hat euch gefallen Und dann Haut rein Bis zum nächsten Mal Und Ciao Ciao Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 TS